Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich ich euch herzlich willkommen bei meinem zweiten Video. Ich bin's wieder mal euer Autogramm Hunter und ja, heute zeige ich euch einfach mal alle meine Autogramme, die ich bis zum 21.06.2016 gesammelt habe. Das allererstes haben wir hier ein Originalausgleich von Renniorten, das gab es 2012 bereits. Das zeige ich mir auch, wie wir für, ich weiß gar nicht, bei 50, glaube ich, erstaunen. Und ja, wenn wir zu Renniorten fahren, würden wir für 15.06. Das nächste sagen wir dann eine Originalausgleich von Wax Warlock. Das ist ein bisschen wie Paulusgarten, und wir nehmen direkt eine Sektung. Und jetzt ist das eine Juppe Hörweiler. Dann waren wir hier eigentlich auch die Renniorten. Das ist ein schönes nämlich. Juppi von Williwiss bis hin wie die Weizen. Es gab dann auch eine Juppe auf der eigenen Auto, da haben wir gedacht, das ist immer gut, weil ich frage mich. Und ja, machen wir mal weiter. Dann haben wir hier als Nächstes ein Originalausgleich von Renniorten. Die Unterscheidung sind hier. Und ich glaube, das ist ein bisschen schlecht. Ich guck mal kurz. Ich geh mal schnell ran, zoomen. Vielleicht erkennt man es dann. Wartet mal. Nein, das kennt man nicht. Egal. Passt schon. Auf jeden Fall ist das ein Originalautogramm von Stan Bebude. Was auf jeden Fall auch riesig geil ist. Okay. Alles klar. Und dann haben wir was Ultragutales mit dem Originalautogramm. Und dann ist es so. Ich schätze, dass wir die meisten vielleicht nicht kennen. Das ist so ein WrestleGames-Youtuber. Und das ist auch mein nächstes Jahr natürlich. Er hat mir sogar noch ein Artikel aus einer Fanshop mitgeschickt. Okay. Eine coole Lippliste. Und dann haben wir was heute angekommen. Und das ist wirklich geil. Leidergott ist das Originalautogramm von Broken Brains. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall habe ich das auf jeden Fall auch vor ein paar kleine Auto-Stückchen gesehen. Und dann darf ich mir kommen nächstes Jahr auch mal mit. Weil ich glaube eher nicht, dass ich mir sonst als gut bin. Weil die eigentlich noch nicht mehr mitgekommen. Aber zum Autogramm ist es schon. Und dann weiß ich es nicht. Und dann weiß ich es nicht. Und dann kommen wir zum Alpha of the Bomb. Die ich von Sammeln von einem anderen Sammler mir mal rausgepickt habe. Nämlich hier haben wir einmal ein Originalautogramm von Brutus Beefcake. Der war in den Achtzigern und Neunzigern im seltener Wasser. Ja. Ist auf jeden Fall auch nice. Dann haben wir eines von Hardcore Holly. Der Hardcore Legend. Ich kenn ihn nicht. Tut mir sorry. Also naja. Okay. Manchmal war der wohl bei Instagram View. Glaub ich mal. Anstrengend eine Frau mal und immer bei Webinia. Dann haben wir ein Zuhörer. Tony Epiless. Wir kennen Jelle der Augekrieg. So, mehr als er will. Naft ihr und Frey? Was aber selten wir? So, das geht mir nicht so. Wie kann ich einmal. Aber der Katja моst hier als ein Acht. Dann haben wir etwas. Die tääl ist klein. Ein Originalautogramm mit Road Warrior Ani-Mal. Das ist so überfüßeív, denn das ist ein zweites Kleider. Leute. Ey, find ich relativ geil. Ich suche momentan immer noch einen Hocker-To-Klang. Da werde ich manchmal auch bald noch ein Video dazu hochlernen, dass es eine von euch vielleicht hat. Klar, auf jeden Fall haben wir den Augen noch. Nach der letzten Filmografie. Noch eine Nahrungmischung. Oh, und ich bin fertig. Das ist der Typer-Klose, oder? Das ist der Typer-Klose, auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall auch richtig geil. Nun kommen wir zu meinem Otto, wo ich ein paar größere auf dem Lammel gesammelt habe. Ich schaue mal schnell, ob das so passt. Drehen wir so ein bisschen. Ja, so müsste es passen. Das heißt, dass der Kaffee ist gar nicht, habe ich hier. Jetzt kommt's. Ein Original-Untertitel von Charme Michaels. Das ist wirklich geil. Dann haben wir... Kelly Pink. Vielleicht ist das nicht Kelly-Klitz. Das ist jemand anderes. Kelly-Klär-Laurie. Dann haben wir hier... Ach, du schaust. Das ist eine Saugnore. Das ist eine Saugnore. Das ist auch die Saugnore-Klitzel. Boah, das hat mich nicht wirklich. Dann haben wir hier was richtig Geiles. Nämlich hier eine Original-Untertitel von Redardar Superstar Edge. Das ist überziehen geil. Weil Edge einfach einer der besten Rester meiner Meinung nach ist. Das ist gut deswegen. Ich treibe mich natürlich in so einer bisschen auf, dass ich halt noch die Kaffee habe. So, dann haben wir... Eines von unseren Velo Marella. Der Italiener, der in seinem ersten Match Direct Intercontinental Champion geworden ist. Deshalb finde ich mal übergeil, dass ich jetzt einen Hals von Sasino habe. Weil der ist ja jetzt... Ich habe alle gefeuert worden. Finde ich ein bisschen scheiße. Aber... Das werden wir mal machen. So. Ich muss jetzt mal meine neue Video-Zeitung hier bitte. Der ist eben von dem. Nun kommen wir zu was wichtig geiles. Nämlich eine Original-Untertitel von Chris Benoit. Auf einer WWE-Zeitung. Hey, das gibt's einfach nicht. Wie geil ist das? Ich habe einfach noch den ganzen Chris Benoit. Aber... Ich schätze mal jetzt wahrscheinlich die meisten von euch. Wo vielleicht auch deswegen mal einen Kanal genutzt haben. Beziehungsweise mal einen Gaming-Manager. Und da auch eine Elite-Plays mache. Und den will ich vielleicht killen. Der Hans hat auch in der ganzen Familie und sich selbst gekillt. Aber... Äh... Ich will jetzt auch nicht überall einen Autographen haben. Weil er so viele Leute umgebracht hat. Sondern einfach weil der geilste Rest, der zu mir war. Und sogar bei so Fußball einfach übelst genial. Und deswegen freue ich mich auch drüber. Dass ich ja einen Autographen habe. Dann... Ich hab mal irgendwas schon von dir. Wir haben mir was vor. Wir sind 100 Karbonetti-Youtuber. Ich weiß gar nicht, wer die denn hieß. Das war mal an meiner Schule so einer. Er war da da. Und hat uns halt immer so was über Chats und so erzählen. Und hat dann... Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Und... Und dann... Leider ein gedrucktes Autographen. Und dann... Und dann... Und dann... Dann... Und dann verrückt jetzt die Kuppe nach oben drauf. Okay? Okay? Okay. Okay... Und dann... Das war meine allererste Autographen, wo ich hier gesammelt habe. Nämlich, das war... 7 Jahren, glaube ich, oder so, 7-6 Jahre lang, auf jeden Fall waren wir da zu einem Verteil in Hartzett Naulach und da waren einfach auch noch ein paar Spieler vom FC Nürnberg und die haben sich da zu der das eben Bundesliga-Spieler angeguckt und da habe ich mir gedacht, ja, hol ich mir einfach mal ein paar Artikel, das ist mir jetzt auch extrem schlecht nur, weil die Leute werden halt auch schon richtig alt sind und das nun auch schon ein bisschen, nun ja, eben die Farbe rausgeglichen ist, weil die einfach alle mit drei Schriften auch unterschrieben haben, aber das auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil. Sie haben unter anderem auch Alexander Essendorf unterschrieben. Auch richtig geil! So, dann haben wir einen Conkrafter. Ich weiß nicht, ob sie jetzt eine Originalarte gab, aber es war halt in seinem Buch drin. Ah no, ja. Keine Ahnung. So. Dann machen wir jetzt weiter mit der Autodamne. Hier noch was? Nee, ich sehe nicht. Warte mal kurz. So. Auch dann hier. Hier haben wir ganz viele Verschlieren. Da haben wir jetzt einen Florian Ambrosius. Das war's. Und er ist jetzt ein Modellator-Tomo. Dann haben wir jetzt hier noch einige Verschlieren. Dann haben wir jetzt aber nicht zu ganz im Namen gesagt. Ich lege jetzt einfach mal hin. Jetzt werden wir hier Stimmen gut stützen. Dann haben wir kurz wo wir das von Arias. Das war mein Auto-Glamm im Vorne. Das ist das, was wir machen. Das ist das, was wir machen. Ich weiß nicht, dass wir nicht so gerne. Ich finde das sehr schön cool ist. Ja. Das ist das, was wir machen. Das ist das, was wir machen. was wir machen jetzt? Ja. Was ich mache was? Das ist das, was wir machen. Das ist das, was wir machen. Ich hab R. Ich geh mal, wie wir machen. Ich habe das Sitz noch nicht gemacht. Ich hab' an das Sitz. Ich hab' ein Flaschen. Wir haben es zum Scha umforschen. Jetzt die ganzen Leute hier ist. Jetzt habe ich den Kaffee mit dem Ding. So, bei mir haben wir so gerade eine Brandbarbel. Und Graus. Okay, das ist schon Graus, einfach mal. Andreas Beck. Ganz Wochen, ich kenne leider nicht. Heiner Backhaus. Und da ist noch Moskau und so weiter. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Bisher ist so ein Swirl Graus Autogramm. Finde ich sehr, sehr nice. Weil... Alter, was ist denn da draußen los? Egal. Auf jeden Fall, Swirl Graus Autogramm. Das ist so cool, weil es dann einfach kommt. Knapp und jetzt. Wer auch ist das? Ja. Heines. Ich bin gespannt. Machines. Oh. Machines. Frau. Ganz schön. Wir sind praktisch nicht. Ich bin Tiere Almas. Ich bin draußenandalوس verdade. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. ... 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 Ich weiß nicht, ob die beiden wieder sind, dass wir auch mal ganz interessant sind, aber das weiß ich nicht. Muss ich mal gucken danach noch. Habt ihr es alle gesehen? Ich hoffe mal schon. Wacht mal kurz. Eieiei, ich nehme schon lange auf. Es sind einfach schon 37 Minuten. Oh Gott. Okay, weiter geht's. So. Dann haben wir hier die Decke. Die waren schwer. Das ist jetzt gerade auch recht. So. Jetzt sehen wir hier alle. Ja. Oh, das ist angestrengt. So. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ihr euch zu Ende bringen wollt. Aber ich hab's doch in der Ende. Ja, komm wieder. Ja. Also soll ich mich mal dann so beeilen. So dann. Hier. Und 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 hier. Jetzt kommt die ganze T-Menschen. Hier haben wir ihn mal. Den kenn ich auch nicht. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Okay. Könnt ihr euch leider mal angucken? Draulür. Draulür. Knall. Und hier. Na die T-Menschen. Jetzt Kommt ihr. So, dann haben wir zwei, 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 drei. So, dann haben wir das noch mal einen kleinen, kleinen, anderen, den wir hier haben. Und schauen wir schon einmal, ob eine Dreifahrt in einem ganz tollen Geiles. Schau euch das mal an, das ist die aus der Fine Modirsche. Ich habe gerade hinter mir sogar gedacht. Okay, komm! Und dann, dass jedenfalls die Stahl an die Karte kommt. Und dann kommt der rein. Da gibt es so viel Zeit. Einerseits geht es mal nach. Und natürlich ist es als erstes der Jamie Vardy! Boom, Alter! Jamie Vardy ist echt der geilste Cheap. Das habe ich mir um 15 Euro herzusteigen, weil ich am Mittag nie ausländische Briefe angezahlt habe. Und dann die Fische. Also, aber man auch so viele Schildbriefe machen, dann ist es ein bisschen schwer. Aber ich habe ein paar deutsche Brünschen. Da kommt zum Beispiel auch das Platz Zockleute von mir her. Aber egal. So, das wäre jetzt die Danke. 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 Meine cause bitte zwei Mal gehen. Danke. Ja, ganz schön fein. Welcherweise, du bist cool. Der fein hat mir nicht so raus. So. Okay. Wenn wir aus dem Fass gelohnt haben, dann kann ich... ...dann kann man so fix. Wir haben hier noch eine einzige. 1, 2, 3, Checker! Oh yeah! Checker auf den Bauch. Ok, da haben wir wirklich was eigentlich bis jetzt. Jetzt kommt das Gesetz. Das letzte Buchstaben heute. Ich schneide es heute alle mit fest. Und ja. Auf jeden Fall. Die Wiedersorgung. Was die Übelzeit steckt. Auf euch. So. 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 Also Leute. Ich hoffe euch hat jetzt dieses XXL Video gefallen. Ich hoffe ihr hattet jetzt eine unterhaltsame 3.5 zur Stunde. Und ja. Wir sehen uns dann denke ich mal spätestens am Ende vom Monat mit dem Rückblick zu meinen Autogramm auf diesen Monatdaten wieder. Bis dann. Ciao.